Nach dem Herr der Ringe Blockbuster bleiben wir in Hollywood, aber diesmal ganz anders. Ich spiele heute ein ursprünglich für den C64 entwickeltes Spiel von 1987. Ein Sportspiel mit unterschiedlichen Disziplinen und ich habe bis heute noch nicht verstanden, wie manche davon funktionieren. Die Rede ist von California Games. Heute Abend 18.30 Uhr könnt ihr sehen, wie ich mich in der Halfpipe blamiere. Seid dabei auf YouTube und auf Twitch. Ich freue mich drauf.